Jo moin Leute, herzlich willkommen zur ersten Woche im College Football Season 2024 vor 2025 mit dem Predictions Feindseldorf, RAN.de, Prozimax und JOIN. Los geht's, heute letzte Nacht um 1 Uhr Oklahoma, hab ich getippt gegen Templer, 19 zu 16 und es ist ausgegangen 51 zu 3 für Oklahoma, herzlichen Glückwunsch. Dann Michigan State, Sieg gegen Florida Athletics, 13 zu 0 hab ich getippt und es ist 16 zu 10 für Michigan State ausgegangen, herzlichen Glückwunsch. Dann um 3 Uhr Wisconsin und da liegt Western Michigan, 10 zu 13 hab ich getippt für Western Michigan und es ist ausgegangen 28 zu 14 für Wisconsin. Dann um 4 Uhr Stanford und da liegt TCU 10 zu 35 und es ist ausgegangen 17, 27 zu 34 für TCU, herzlichen Glückwunsch. Dann heute um 18 Uhr Louisville Dann heute um 18 Uhr Louisville 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 Cardinals schlagen die Austin Peay 22 zu 0. West Virginia unterliegt Penn State 13 zu 15. Dann Georgia unterliegt Clemson 24 zu 35. Iowa verläht gegen Illinois State 35 zu 42. Warnabild 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 schlägt Virginia Tech 41 zu 3. Dann um 21 Uhr 30. Sy- Sy- Sy-ra- 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 Dann, heute Nacht um 1 Uhr, Troy schlägt Nevada 10 zu 14. Alabama gewinnt gegen Western Kentucky 15 zu 0. Um 1.30 Uhr, Hawaii unterliegt UCLA 19 zu 21 nach Overtime, Michigan verliegt gegen Fresno State 24 zu 28, Texas A&M gegen Notre Dame. Das Ganze geht 15 zu 16 aus für Notre Dame, herzlichen Glückwunsch. Dann um 2 Uhr, Georgia Tech schlägt Georgia State 19 zu 13. Um 4.30 Uhr, Arizona gewinnt gegen New Mexico 22 zu 14. Arizona State schlägt Wyoming mit 33 zu 31. Und übermorgen am Montag um 1.30 Uhr, LSU schlägt UCC mit 64 zu 31. So, das war's von der ersten Woche in College Football mit den Predictions für die Season 2024-2025. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, vergisst kein Abo, dann nehmen wir uns das Blöckchen, das nicht vergessen, zockt ihr bien, dann verpasst ihr keine Benachrichtigungen auf diesem Channel. Bis dann, gut geht's, ciao. Äh, bis dann. Bis dann, gut geht's.